Kanzler Olaf Scholz ist schuldig und weitere Mitglieder der Regierung sind nach Informationen des Wall Street Journal im Vorfeld der Nord Stream Sprengung involviert gewesen und haben sie billigend in Kauf genommen. Dem Ganzen noch nicht genug, das Wall Street Journal erhebt jetzt hier schwere Vorwürfe gegen Deutschland, gegen die deutsche Regierung und gegen deutsche Ermittlungsbehörden. Es ist wirklich spannend, sie machen jetzt anscheinend den Sack zu, wie man so schön sagt und die Katze ist drin. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt jetzt hier wieder einen neuen Bericht vom Wall Street Journal, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Veröffentlicht Mittwochabend und nicht im Konjunktiv formuliert, sondern im Indikativ. Die Zeitung ist davon überzeugt, dass ihre Geschichte stimmt. Sie haben mit Dutzenden Beamten gesprochen und das Rätselraten um die Sprengung der Nord Stream Pipelines vom 26. September 2022 soll somit ein Ende gefunden haben. Wie ihr wisst, gab es diese Woche Mittwoch einen Haftbefehl vom Generalbundesanwalt für den verantwortlichen Taucher aus der Ukraine, Volodymyr Z. Am gleichen Tag haben aber ranghohe deutsche Geheimdienstvertreter wieder die Version einer russischen False Flag Aktion medial kundgetan. Das Interessante ist, sie haben jetzt zwei Jahre ermittelt und gleich sage ich euch, dass sie seit zwei Jahren wissen, wer es war. Und sie kommen weiterhin mit diesem Narrativ, dass es dann am Ende doch mit Rubel bezahlt worden sein soll. Und das Problem, was sie hier haben, sie haben zero Belege. Sie haben null Nadaliente, nichts, um das zu beweisen. Sie haben allerdings relativ viel, um eine andere Geschichte zu beweisen. Und ob sie jetzt hier wirklich die Ermittlungen zwei Jahre verschleppt haben, in der Hoffnung, sie finden bei irgendwem noch einen russischen Pass, sei mal dahingestellt. Es geht jetzt hier weiter und zwar der Bundesnachrichtendienst. Und da müsst ihr wissen, das ist nämlich jetzt besonders spannend. Der Bundesnachrichtendienst untersteht dem Bundeskanzleramt und somit ist Wolfgang Schmidt der Kanzleramtsminister und die rechte Hand von Olaf Scholz. Eine der ersten Personen, die hier über Kenntnisse informiert werden, ebenso wie Olaf Scholz. Bereits wenige Tage nach der Sprengung am 26. September 2022 soll der Bundesnachrichtendienst mindestens zwei eindeutige Hinweise auf die ukrainische Urheberschaft der Sprengung erhalten haben. Das ganze Projekt soll in einem Saufgelage entstanden sein. Und wenn ich mir die ganzen Ukrainer so anschaue mit den ganzen Videos, auch wie sie jetzt in Kursk einmarschiert sind, vom Wahnsinnsgehalt ist das den Ukrainern absolut zuzutrauen. Im Frühjahr 2022, nach dem Erfolg der Abwehr der Russen quasi um Kiew herum, als sie die Stadt nicht eingenommen haben und wieder zurück sind, sollen ukrainische Offiziere und Geschäftsleute, wie sie hier sagen, Geschäftsleute sind dann ukrainische Oligarchen, nur dass wir das gleiche Wording mal für alle anlegen, Sie sollen die Sprengung der Pipeline hier beschlossen haben, mit dem schönen Nebeneffekt, dass der Gas transit dann weiterhin durch die Ukraine läuft, was aktuell mehrere hundert Millionen Dollar pro Jahr in den Haushalt spült. Das Interessante ist jetzt, die Teilnehmer dieser besagten Feier, es war ein ranghoher General des ukrainischen Militärs, hat den damaligen Militärchef Salushny in Kenntnis gesetzt und der wiederum den Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky. Selensky soll, nach Aussage hier des Wall Street Journal, die Brille zur Sprengung der Pipeline genehmigt haben. Damit ist er jetzt endgültig erledigt. Salushny hat damit seine besten Männer betraut. Salushny ist inzwischen Botschafter im Vereinigten Königreich für die Ukraine. Wir schauen mal, wie lange noch. Das sind nämlich hier inzwischen Straftatbestände, die man auch international nicht einfach durchgehen lassen kann. Nach bisher unbestätigten Informationen wurde nach Veröffentlichung dieses Wall Street Journal Berichts umgehend am gleichen Abend, Herr Salushny als Botschafter zurück, nach Kiew beordert. Nach den Aussagen des Wall Street Journal, hier soll dann der ukrainische Präsident Selenskyj später jedoch seine Meinung geändert haben, aber nicht allein, sondern die Amerikaner haben ihn aufgefordert, die Sache abzublasen. Und zur gleichen Zeit, als die amerikanischen Dienste Herrn Selenskyj nahegelegt haben, er solle doch seine Leute von diesem wahnwitzigen Kommando abhalten, hat man deutsche Behörden informiert, dass die Ukrainer die Sprengung der Nord Stream Pipelines vorhaben und man sie vielleicht nicht aufhalten kann. Lange vor der Sprengung wussten sie hier Bescheid und genau da haben wir schon das erste Problem. Sie haben nichts getan. Sie haben absolut nichts getan. Schaden vom deutschen Volke abwenden geht anders. Man hätte die Bundeswehr einfach patrouillieren lassen müssen entlang der Pipeline. Man hätte auch die Öffentlichkeit informieren müssen. Man hätte auf jeden Fall für mehr Sicherheit sorgen müssen. Nein, man hat hier trotz der Warnung anscheinend billigend Straftaten in Kauf genommen. Es wird jetzt hier wirklich noch spannend. Ich sehe hier einen Weg, wie diese Regierung dieses Jahr zum Ende kommt, aber eins der Reihe nach. Nach Aussagen des Wall Street Journal Berichtes hat aber Salushni seine Leute nicht mehr zurückziehen können. Er sagte, das ist wie ein Torpedo, der einmal abgefeuert einfach Ziel nimmt, bis er einschlägt. Der ganze Trupp war angeblich ohne Telefone unterwegs und so konnte man die Aktion hier nicht stoppen. Ansonsten bestätigt das Wall Street Journal diese Geschichte um die Andromeda-Segeljacht. Und bei der Andromeda-Segeljacht kommen wir wieder auf den Punkt, es gibt bis heute keinen Beleg dafür, dass sie mit Dekompressionskammer ausgestattet war. Also gehen wir davon aus, sie hatte keine. Und wenn wir die Wetterbedingungen zugrunde legen, kommen wir am Ende auf einen einzigen Tag, also auf 24 Stunden Zeit, um die Operation durchzuführen. Bo Elkja hatte ich euch schon mal gezeigt vor zwei Monaten. Er ist hier beim NDR gelaufen auf der Webseite. Inzwischen ist es nicht mehr aufrufbar, aber ich habe es runtergeladen. Er kommt hier zu folgendem Schluss. Das haben sie inzwischen von ihrer Webseite wieder entfernt. Damals war er der Auffassung, dass die Geschichte einfach an der Zeit mangelt. Und das ist es, was heute weiterhin fraglich ist. Es geht genau um diese Segeljacht, die mit allen Parametern, die wir haben, 24 Stunden Zeit hätte für diese vier Tauchgänge hier zu erledigen. Es gibt jetzt hier noch eine Aussage, und zwar von Leuten aus der Ukraine, die behaupten, an der Planung beteiligt gewesen zu sein, die sich immer wieder kaputt lachen, wenn alle sagen, das waren Staaten mit U-Booten. Und was wir aktuell wissen, ist, es ist HMX-Sprengstoff eingesetzt worden. Also HMX-Sprengstoffreste haben die Schweden gefunden und haben diese übergeben, auch an deutsche Ermittler. Untersuchungsergebnis völlig unbekannt, aber wenn man das zurückrechnet, kommt man mit HMX-Sprengstoff auf 35 Kilo ungefähr pro Strang. Das heißt, viermal 35 Kilo für diese Aktion durchzuführen, das erzeugt ein ähnliches Sprengbild. Das hat man inzwischen getestet. Allerdings sagen sie uns ja noch nicht mal offiziell, dass es so gewesen sein müsste. Es ist jetzt hier wirklich spannend. Wir wissen also, der ukrainische Präsident war involviert in eine Planung für einen Anschlag auf deutsche Infrastruktur. Das könnte sogar hier nach Aussagen deutscher Beamter ein Grund sein, um die kollektive Verteidigungsklausel nach Artikel 5 der NATO auszulösen. Ihr wisst, was das bedeutet. Das heißt, er nicht mehr unterstütze die Ukraine, sondern erledige die Ukraine. Dann hätte die Ukraine keinen Verbündeten mehr, weil die ganze NATO hier im Bündnisfall wäre. Das wird in Deutschland nicht passieren. Dennoch ist jetzt hier eine schwerwiegende Billigung der Sprengung durch die deutsche Politik offensichtlich. Es waren nicht nur deutsche Beamte, sondern auch die deutsche Regierung informiert. Und zwar, Zitat, Einige deutsche Politiker waren möglicherweise bereit, Beweise zu übersehen, die auf die Ukraine hindeuten, aus Angst die heimische Unterstützung für die Kriegsanstrengungen zu untergraben. Genau da haben wir das Problem. Das ist jetzt echt maximal schlecht. Das ist maximal schlecht. Egal für alle. Egal, ob das jemand ist wie ich, der die Ukraine eigentlich unterstützen möchte im Kampf gegen Russland. Ein Angriff auf seine Partner ist so das Allerallerletzte. Das ist das Allerallerletzte. Normalerweise müsste man dafür die Ukraine fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das Problem ist, dann wissen wir nicht, wie viel sich die Grenze nach Westen verschiebt. Aber das ist jetzt hier wirklich eine spannende Sache. Die entscheidenden Hinweise hier kamen dann allerdings Anfang Oktober aus Holland. Ja, ja, die Niederländer haben anscheinend mit Hilfe der CIA, ja, die CIA, und das geben sie hier zu, die CIA hat ab 2014, ab dem Abschuss des Flugzeuges MH17 mit Unterstützung der Niederländer eine umfangreiche nachrichtendienstliche Kapazität aufgebaut in der Ostukraine. Ja, das ist es auch, was Putin immer wieder angesprochen hat. Die CIA, die dort Bunker gebaut hat und die CIA, die dort anscheinend alles abgehört hat. Die Niederländer, die wussten Bescheid. Sie haben die Deutschen informiert und die Deutschen haben einfach die drei Affen gespielt. Ich sehe nichts, ich höre nichts und ich sage nichts. Das wird Ihnen wahrscheinlich jetzt hier auf die Füße fallen, denn kurz nach dem Anschlag vom 26. September 2022, nämlich im Oktober 2022, sind Sie hier informiert worden über die Details des Anschlages, einschließlich des verwendeten Bootstypes, die mögliche Route der Yacht, der Name der Yacht, die Beteiligung Salushnis des ukrainischen Militärs, sowie die Personen, die auf der Yacht angeblich vorhanden gewesen sein sollen. Diese Informationen sind zum Bundesnachrichtendienst gegangen und diese hat die deutschen Ermittlungsbehörden informiert, also hier auch den Generalbundesanwalt, der jetzt allerdings zwei Jahre gebraucht hat, diesen Haftbefehl zu erlassen, in Wahrung der Unabhängigkeit der Politik. So steht es hier im Artikel und da musste ich mal lachen. Ich habe nämlich ChatGPT gefragt, wie das denn so ist mit der Unabhängigkeit vom Generalbundesanwalt und der Witz ist, er schreibt dann am Anfang, der Generalbundesanwalt in Deutschland handelt unabhängig und ist in seiner Arbeit nicht an Weisungen der Bundesregierung oder einzelner Parteien gebunden. Seine Entscheidungen beruhen auf rechtlichen Grundlagen, nicht auf politischen Motiven, sagt ChatGPT über den Generalbundesanwalt. Dann habe ich ChatGPT geantwortet und gesagt, der Generalbundesanwalt wird selbstverständlich angewiesen vom Justizminister, zuletzt bei der Freilassung des Tiergartenmörders, von der Unabhängigkeit kann hier nicht gesprochen werden. Darauf kommt folgende Antwort von ChatGPT. Die Frage der Unabhängigkeit des Generalbundesanwaltes in Deutschland ist tatsächlich komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Generalbundesanwalt ist der oberste Strafverfolger des Bundes und leitet die Bundesanwaltschaft. Theoretisch soll er unabhängig agieren, jedoch gibt es in der Praxis bestimmte Situationen, in denen er Anweisungen vom Justizminister erhalten kann. Ich bin gespannt, wie du das Ganze hier siehst, wie du das Ganze einordnest. Ja, alle sagen immer, die USA ist mitverantwortlich. Ich sage immer, die USA wären ziemlich blöd, wenn sie das selbst direkt getan hätten. Die Segeljagd-Story, sie mangelt eigentlich an der Machbarkeit, wenn man die Wetterbedingungen zugrunde legt. Uns fehlen hier noch Informationen. Es soll über 1000 Satellitenfotos der ganzen Aktion geben. Kein einziges ist öffentlich. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Die Amerikaner könnten ja hier dennoch Beihilfe zur Selbsthilfe geleistet haben. Am Ende will sich Amerika hier rauswaschen, weil sie natürlich sagen, sie hätten Selensky davon abhalten wollen. Kommt immer darauf an. Es gibt so viele Geheimdienstebenen in den USA, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Auf jeden Fall ist das hier jetzt der Weg, die deutsche Regierung ins Nirwana zu schicken. Wenn du jetzt wissen willst, warum der Generalbundesanwalt jetzt nach zwei Jahren gehandelt hat, ich kann dir das verraten. Es ist der Weg, die Bundesregierung loszuwerden, uns in Neuwahlen zu schicken und das über einen sehr, sehr eleganten Weg, der am Ende Verlierer und Gewinner hat. Wenn du das aber wissen möchtest, dann musst du diesen Kanal abonnieren. Folge mir auf X und Telegram. Ich mache ein extra Video dazu, wie die Nord Stream Sprengungen uns in vorgezogene Neuwahlen führen werden und wer am Ende dafür verantwortlich ist, denn es gibt hier definitiv politischen Einfluss auf die Ermittlungen. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video, wie du das Ganze siehst. Zuzutrauen ist die Geschichte den Ukrainern definitiv. Ob es am Ende so gewesen ist, es wird Zeit, dass noch mehr ans Licht kommt, aber inzwischen ist die ganze Welt so neugierig auf Nord Stream, dass die Geschichte nicht ewig im Verborgenen liegen bleiben kann. Damit sage ich ciao. Bis bald.